Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16 in unserem kleinen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist Leverando L.P. Ja, hallo, Onkel, Onkel, Onkel. Es war die Luft weg. Es war die Luft weg. Es war aber geil, es war aber geil, es war aber geil. Ja, aber es war geil. Das ist doch Stickbind. Dankeschön. Nein, dein Auftreten, dein Hallo sagen, war cool, ja. Ja, und ihr seht, ihr seht auf jeden Fall schon mal den nächsten Wrestler, den ich habe und mein Gegner wird sein Big Show. Big Show. Darf ich mir wieder aussuchen, welche Gestalt? Es gibt ja mehrere Big Shows. Jetzt muss ich gerade mal gucken, da haben wir Big Show, ja, ich nehme den, oder? Ich weiß gar nicht, der alte hieß Paul, ne, oder wie hieß der noch? Paul White, oder? Doch, ne? Und ich lach noch, und das war noch ernst gemeint. Okay, dann nehme ich den Big Show, den Original. Und der ist klar. Sehr. Okay, dann siehst du jetzt deinen Gegner. Äh, warte. Jetzt deinen, jetzt, warte. Jetzt deinen Gegner. Zeig. Okay, lachen sollte ich besser nicht, der Shawn Michaels ist gut, ey. Nicht schlecht. Warum lachst du da? Eben. Ja, weil das jetzt so Fliegengewicht gegen Monster ist. Äh, Shawn Michaels, ich weiß, kein Match, wo Big Show gegen Shawn Michaels gewonnen hat. Aber okay, du wirst es wissen. Ja, ich meine jetzt, ne, in normalen Verhältnissen ist das schon klein dagegen. Genau wie, äh, andere Gegner. Ja, das ist ja, da ist jeder klein dagegen. Ja. Gegen den Schickbo. Aber ist gut, ey, der Shawn Michaels ist gut. Du bist fitter, bist schneller, du hast mehr Konter, also, da wird nicht einfach für mich. Guck, ich hab nur drei. Okay, ich denke mal, da wird sich wahrscheinlich mit X nix tun, ne? Da hab ich mir schon fast gedacht. Oh, jetzt kriegst du mal ein bisschen. Ohoho, hast du richtig den Fußabdruck gehört jetzt gerade so? Boom! Hallo? Ich werde hier gerade verprügelt von einem Shawn Michaels. Ich komm ja schon. Hallo, ich bin ja schon da. Hm, warte! Was war denn? Warum hat denn der so lange gejubelt? Das sah lustig aus. Boah, das passiert mit so einem kleinen Wichtelmännchen. Er geht in die Luft. Dum, dum. Er hat einfach, er kommt angerannt und blockt auch noch. Wie geil. Hallo, ich bin's. Hallo, du. Bam! Ich würde das gerne so hochheben und dann so voll am Boden schmeißen. Okay, er schmeißt mich. Aua! Gott sei Dank. Boah, der war... Der hat wehgetan. Der hat wehgetan, Onkel. Oh, oh. Der hat mir echt ein bisschen wehgetan. Mh, ouch. Mh, das war auch gut, ja. Ach, er hat gar keinen Konter. Aber ich hab auch keinen mehr. Das ist nicht so gut. Erstmal ein bisschen draufprügeln hier. Und in die Ecke. Boah, schön. Genau den wollte ich sehen. Wie im Echten. Geil. Obwohl der da ein bisschen schöner aussieht. Oh, seile. Direkt erstmal. Aua. Oh, oh. Boah, schönes Ding. Oh, oh, das tut weh. Onkel, jetzt wirst du gebumst. Bam! Die Erde bebt. Die Erde bebt förmlich. Okay, ich muss ganz schnell was machen. Einen Move krieg ich gratis. Sehr schön. Ach, das ist der gleiche, okay. Na gut. Kabuff. Oh, dein Brustkorb wird langsam grün. Hiyo. Oh, wo dreht das nicht dahin? Ach, scheiße. Das war jetzt natürlich nicht so gut für dich. Aber du hast schon, äh? Du hast ein S schon? Okay. Ging mal fix. Oh, der ist neu, oder? Genau, das ist der. Der stemmt dich so. Konnte der nicht auch über einen so drüber laufen? Oh nein. Was ist das denn? Bitte kein Aufs... Ach so, okay. Dacht schon, wieder Aufgabe griffen. Oh, du hast mal ein S geblockt. Du Sack. Unten war das dein... Ne, das war kein Finisher, oder? Ja, das war nur ein Finisher. Echt? Ja, das war nur ein S geblockt. Ja, das war immer der letzte Zipfel meiner Würde, du. Krass, da kommt er einfach wieder, macht einen Finisher und kickt mich. Äh, Wahnsinn, was geht denn mit dem, ey? Der getrunken, oder was? Hä, ich muss doch drücken, oder? Ich hab beides mal gedrückt. Oder war das deine Tasten? Kein Dank. Verwirrt, ich bin echt verwirrt. Ich war aber wahrscheinlich schneller. Nee, du Dreck. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Puh. Oh, meine, meine... Oh, wie heißt es? Lila, ne, Energie ist grad ein bisschen... Bisschen, bisschen schlecht. Na, ich komm mal rein. Oh, meine, der geht erstmal über das oberste Seil. Hallo, ich bin's. Hm. Ja, gar kein Problem. Das geht noch. Oh, da bin ich noch nicht so schwach gegen. Oh, schon wieder. Oh, hallo. Was ist da los? Ach, komm schon. Was macht der denn? Jeder hat Angst. Jeder hat Angst und keiner traut sich, was zu machen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das gibt einen Finisher. Das gibt einen Finisher. Ach, du Sohn. Ich kann mich kaum verhören. Oh, bitte. Ich hoffe, es reicht. Boah, die Todesfaust. Und jetzt, jetzt. Eins. Nein. Er kommt so... Was? Da hast du bestimmt drei gedrückt, oder? Ja. Ja, klar, du bist drei gedrückt. Den, äh... Aber da bin ich jetzt auch mal so fies. Eins. Drei. Nein. Scheiße. Okay, du bist da zu fit. Äh, hilft mir eine Faust, hilft da nix. Da muss ich, glaube ich, zwei Fäuste dir reindrücken. Ah, er macht sofort. Ah, du Sack. Aber ist kein Problem. Noch geht's. Oh, Onkel, ey. Was ist denn los mit dir? Onkel macht die Serie. Er legt sich hin. Er legt sich vor mich. Fuck, Mann. Na, ich muss kurz ein bisschen mit meiner Ausdauer ruhen. Och, komm, yo. Ist ja gut, Big Show. Ist ja gut. Alter. Ist gar nicht so einfach, das Match, gerade gegen dich. Zu spät. Krieg ich auch noch Kopfschmerzen, ne? Wenn er mir hier einen auf die Nuss gibt. Ist das jetzt gerade irgendwie ein Move oder so? Hä? Wie? Ah, du witzig. Hat der noch, hast du noch, ne? Ich cover jetzt auch mal. Bin auch mal so n' Sau. Eins. Zwei. Ah, okay. Von meiner Macht noch so'n grummeliges Gesicht. Ne, der guckt immer so, oder? Ach, yo. Die Beste kommt überall raus. Ich kann nichts machen. Also das ist wirklich der Move, wenn du gegen so einen großen. Meine Fresse. Wahnsinn, ey. Da kommt der da mit seinen übelsten Moves an. Okay. Boah. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, es reicht. Oh, bitte, bitte. Lass die Faust treffen. Bitte lass die Faust treffen. Bitte lass die Faust treffen. Bitte lass die Faust. Nein! Du Saus. Gibt's doch gar nicht. Ach, und der macht's nicht. Ja, ich hab' ihn. Ich hab' ihn noch. Ja, jetzt kann ich ihn erst mal bombardieren hier. Oh. Oh, Mann, ey. Da macht der, blockt der einfach mal eine schöne Faust. Okay, ich probier's. Liebe Freunde. One. Ach, Gott. Der kommt da direkt raus. Das ist ja Wahnsinn. Okay, also der Schoenmeichels ist echt super, du. Da kannst du nix sagen. Da kann ich machen, was ich will. Ah, du Dreck. Da kriegt der sofort. Ich komm' auch mal mit raus. Ich hab' da grad echt ein bisschen Angst da. Ah, okay. Seht ihr? Boah. Und wieder Cover. Boah, das ist spannend, das Match. Ich muss sagen, ja. Ich kann nicht... Ich weiß nicht, wie ich den... Sehr schön, sehr schön. Ach, komm! Mann, was für ein blödes Konter. Das hab' ich jetzt versaut. Weil da hätt' ich den jetzt erstmal und hier wieder ein bisschen verprügeln dürfen. Nein. Na, Onkel, äh, ich komm' in drei Stunden. Oh, er kann raus springen. Na klar. Mein Kopf ist schon ganz rot. Bin schon ganz errötet. Autsch. Komm' Big Show, sei einmal im Big Show. Oh, mein Kopf. Der ist eh schon rot. Gleich blutig noch wegen dir. Vielleicht muss einer noch kommen und Ketchup auf mein Gesicht spritzen. Das hast du die Leute zum Aufstehen gezwungen. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht. Okay. Der Burger King. Ich komm'. Ich komm'. Da bin ich schon. Und er lässt mich wieder nicht zur Ruhe kommen hier. Ach, ich dachte, ich kann was machen, ey. Oh, oh, oh. Ich krieg' auf die Nase. Big Show. Oh nein. Oh, scheiße, Mann. Ich kann noch nix blocken hier. Ich wüsste nicht genau, wann ich da drücken muss. Big Show, tu was. Komm schon. Big Show. Ja, ja, ja. Ja. Ja, gedrückt. Das war wahnsinnig gut gedrückt. Oh, hab ich ein Glück gehabt. Das war so klein, der Zipfel. Ich hab' den gar nicht gesehen. Batsch, ach, jo, wie oft kannst du den da machen? 100 Mal, oh. Ich hab' zwei Finisher gehabt. Nein! Ja, jetzt aber. Das war vorbei. Scheiße, der Schermakel ist übertrieben, ey. Der ist echt krass drauf, ey. Der zeigt das schon danach in die Kamera. Bäm, Leute, ich hab' endlich mal wieder ein Match gewonnen. Ja. Das ist doch eine Genugtuung, Alter. Ja, das war schon echt krass, muss ich sagen. Das war spannend, ey. Boah, nice. Das war echt Hammer. Ich hab' echt gedacht, der Packe, aber der ist ja Wahnsinn, wie schnell der sich erholt. Und ich hab' ja auch gecabbert nach dem Finishing und das hast du gar nicht gemerkt. Boah, ich hab' aber diesmal, glaub' ich, den Widerstand aus und so alles richtig eingesetzt. Gut, ich hätte den Widerstand ein bisschen später einsetzen können, wäre es spannender für dich gewesen, aber... Hm, ne, passt schon. Boah, aber übel, übel. Nicht schlecht, Respekt, gewonnen. Das war auf jeden Fall ein guter Sieg von dir, ja. Aber ich musste vier Finisher loslassen. Ne, drei Finisher. Drei Finisher. Ja, gut, der Big Show ist schon fett, ja. Aber hat's jetzt, konnte ich nix mehr machen. Das war so winzig. Das war, das hab' ich schon gar nicht mehr gesehen mit dem Auge. Boah, du, ich hab' so gedacht, der Quatsch die ganze Zeit, der rechnet jetzt bestimmt nicht nochmal mit dem Finisher. Und haut ihr den rein? Ja, vor allem, dann tanzen die so und ich weiß nicht, wann ich drücken muss. Und dann war zu spät, dann lag ich schon da. Ne, aber der zweite Finisher, den hast du denn erwartet? Ne, da hab' ich überhaupt nicht drauf geguckt, das stimmt, ja. Ja, saugell. Ja, okay, du bist dran, ne? Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schönen, keine Ahnung, was das ankommt, schöne Restwoche. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschau-sen. Tschau.